hallo und herzlich willkommen bei webtop gamble wir spielen heute wieder die jagd nach den tickets und das folgende spiel ist heute world of kings statt normal juhu wir starten das spiel starten was war das das haben wir jetzt schon gesehen ab zwölf jahren so und statt was abenteuer facebook ein bisschen leiser glaube ich so da ist ja richtig viel zu leise vielleicht noch ein bisschen lauter genau red batak spieler welt betreten es ist aber ja das zusammenstellung schaut wie das alles geht irgendwie ist das heute so ein bisschen verschwommen irgendwas passt hier nicht das ist irgendwie ganz komisch ok ok come on little robot let's check the laboratory together you need a name how about what would you like to be called button also der ist ja viel schneller wie ich das geht doch nicht aber sieht schon mal gar nicht mehr so schlecht aus würde ich jetzt mal so sagen sage ich jetzt einfach mal so oh was das geht brauche ich doch nicht mal drücken ein reittier guck mal ich habe ein schwein als reittier babi mit motor hinten drin ich denke motor diese oder benzin also eigentlich mache ich nicht viel hier macht ja eigentlich fast alles von allein ist gut muss man nicht so viel lesen der damals gesagt mit 459 anscheinend war das richtig gewesen 459 1 2 ok und weiter reiten ok jetzt darf ich fliegen das ist schwer das ist schwer mit der maus wirklich also das ist schwer mit der maus erstmal lenken und dann hier drücken ich denke mal da gibt es bestimmt irgendeinen knopf den ich drücken konnte das ist danke für die 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 das die 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 das ihr die 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 Wir haben Schwartide versucht zu schrauben unsere Artifacts. Die Anwälte sind vor. Wir schrauben sie zusammen. Der kämpft auch alleine. Okay, Nebelauflösen ist Verschwinden. Blutsaugen. Siedende Blut. Ausweicheln. Ah, okay. Also das ist ein bisschen schwierig. Ah, okay. Jaaa... Inferior Creatures! Halt! Was ist das? Oh, schade, er ist weg! Gut! Ah, nicht schlecht! Nicht schlecht! A Station? Weren't the Station's event right? Right, but Inventor Malag is running his experiment, to restore the Metro System. He will brief you on the details. Bling, 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 bling... Das Reitier ist witzig! Unfortunately, we were unable to catch that cowardly thing! It's unwise to provoke a dwarf! We will get that thief! And we capture our artifacts! And... It's theoretically correct! But... We still need to put it into practice! Walk with me! I'll broker the introduction! Yeah! Ich habe es wieder geschafft! Dann machen wir jetzt schnell nochmal hier die Quest sozusagen fertig! Ach, der Roboter schon wieder! Knopf! Oh! Noch ein Video angucken! Das sieht aus wie... von einer Zeichentricks Serie... äh... Puppelserie! Von Sandmann glaube ich war das... Wie hieß denn der mit die schwarzen... Gesicht... Mit den schwarzen... Mit den schwarzen Kugeln... Mit den schwarzen Kugeln... Ich weiß es nicht mehr... Naja... Egal... Egal... So... Ich mach da mal wieder Schluss für heute hier... Bestätigen... Ich hol mir jetzt mein Ticket ab... Ticket einlösen... Damit haben wir jetzt wieder alle Tickets... Und... Wir hoffen, dass wir jetzt mal was gewinnen! Mal schauen, wieviel Jahre das noch gewinnt... Bis man was gewinnt! Okay! Ich wünsche euch heute viel Spaß! Bis dahin viel Spaß! Und auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss!